Komm, Cody! Komm, komm, komm! Ich habe nie gedacht, dass ich mal einen Hund bei mir aufnehme. Und dann ist der Cody gekommen. So ein wenig knurrig. Ja, ein Streuner aus Rumänien. Nicht gerade kuschelig und süss. Und auch nicht der Erste, den man für eine Adoption nehmen würde. Aber für mich hätte er irgendwie alles gehabt. Es ist einer der schlimmsten öffentlichen Wohnungen in Rumänien. Ja, all are bad, but this is... So this is the place where Cody and Blanche lived. Yes. And Blanche was sort of with him all the time. Die Geschichte von Cody und Blanche, da kann ich wie nicht dran vorbeilaufen. Sie haben hier zusammengelebt. Sie sind beide gerettet worden, aber in verschiedene Länder gebracht. Jetzt will ich es wissen, würden sich Cody und Blanche gerne wieder sehen. Die ganze Geschichte ist sehr, sehr crazy, was wir hier machen. Um, so Plato said the dog was the true philosopher. If you wouldn't exist, how many dogs would have died? Thousands. Dogs sometimes can teach us what is the real love. Would you be willing to think about giving Blanche to me? What is the best thing to do for her? I think there is an overwhelming amount of evidence which shows capacities for friends here in other islands. Und ich frage mich, kann ich sie ihm Cody geben, die Freiheit? All animals deserve much better than humans do for them. If we could be a little bit more like dogs, we'd have no problems.